Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde der guten Unterhaltung, ich bin Last Prophet von den Trash Gamers und ich spiele zusammen mit Sweep von Sweep, let's play, zusammen eine weitere Runde Jump Map, diesmal die, äh, Troll Map hat, äh, der liebe Sweep für uns ausgesucht, hallo Sweep. Hallo. So, ähm, ja, wir haben jetzt hier grad nochmal alles hier so recht eingestellt, dass wir hier auch diese ganzen Bilder hier, äh, also das richtige Rearsource Pack runtergeladen, etc., pp., ähm, Crab A, Minecraft, okay, gut, hab ich jetzt schon mal gemacht, kann man ja mal machen, so, alles klar, so, was gibt's hier jetzt noch alles, Mensch, toll, 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 was ist denn hier, Steal Stuff from Player 1, okay, Player 1, Player 1 hat nix. Hm. Punch Player 3, äh, ne, Quatsch Player 1, okay, so. Aua. Ist hier was in den Öfen drin? Ja, du hast dir ein Item liegen lassen. Spooky Boobs. Ich hab ein BH an. Sehr schön. Wie geht das jetzt? Ich hab ein Milchshake. Ich hab ein BH, aua. Ich brenne! Ich brenne, scheiße, ich brenne! Ich hab den magischen Löffel. Okay, Crab a Minecraft, alles klar. Wieso hör ich, hör nicht aufzubrennen? Ich nehm mal zwei mit. Okay, Minecraft. Make sure to turn comment, äh, comment blocks, okay. Crab a Minecraft and press that sweet ass. Huch, da ist ein TNT-Block drin, dann komm ich da rein. Toll. Das hat nicht funktioniert. Hat er angehalten. Das ist doch schon wieder ein TNT-Block. Warten trinken hat viel. Alter, hast du mich gerade erschreckt mit dem Schreien. Oh. Ich hätte vielleicht nicht draufdrücken sollen. Ja, vielleicht sollen wir laufen, Sweep. Shit. Alter. Ja, du gerade links pumpst. Ja, okay, wir laufen. Ich lauf aber den Schienen entlang, das scheint mir irgendwie... Wobei, hier scheint mir gar nichts sicher zu sein. Weeeeee. Da hast du hier, okay, hier gibt's anscheinend auch, äh... Boah. Anscheinend auch Dings-Bombs. Ja, da hat man halt auch einen gefunden. Mensch. Toll. Toll. Hört man schon, wenn ich Mensch sage. Mensch. Okay, hier ist Lava. Guck mal da, ein Creeper-Face. Und McDonald's, Mensch. Klasse. Klasse, klasse, klasse. Ich freu mich. Warte mal. Wir müssen hier, glaube ich, schon anfangen mit Jumpen, oder? Wir laufen hier gerade komplett an der Map vorbei. Hört ja gern hier so. Ja. Tja. Okay, gut. Alles klar. Hui. Erstmal runterfallen. Ist auch ganz wichtig immer. Bist du schon eigentlich? Hopp. Äh, na. Äh, na. Nein! Bin gerade runtergefallen. Wir sind wieder falsch. Wie, wir sind wieder falsch. Ich bin hier schon wieder falsch. Bist du denn? Nein, da bist du. Ja, ist doch. Wir sind allgemein, glaube ich, und wir haben das hier wieder ganz anders angefangen, als man es, glaube ich, äh, oder als es eigentlich vorgesehen war, dass man es anfangen soll. Schieße? Schieße mich? Nein! Ja, da, nee, Quatsch, da bin ich nicht runtergefallen. Ja, hier bin ich nicht runtergegangen. Blau. Mir ist alles weiß. Press the button if you are Skye. I just want to be your friend. Na klar. Du darfst the button drücken. Das ist du. So, wenn... Hier oben. Tritt dich mal um. Nein. Hier. 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 Komm, ich bin da hin. Hüpp. Zoll. Na, zoll. If you're recording this for YouTube, please, äh, give me a shout out and link to my channel. My channel in the description. Love you have fun. YouTube dot com. Bodil. Also, ich mache jetzt hier keinen Link in meine, äh, description für sowas. Hier könnt ihr alle gucken. YouTube dot com slash bodil 40. Und erwähnen tue ich den ach netten bodil 40. Ich glaube, es geht los. Ich werde nicht den bodil 40 erwähnen. Was machst du da? Du drück den Button. Da fallen so, so... Hintenfische mit Gesichtern aus dem Himmel. Du mit Sonnenbrille, das ist ja schnieke. Du eigentlich aus. Weiß nicht, wie seh ich nicht aus? Was, du auf dem Kopf? Äh. Drück mal zweimal F5. Cool, ich hab voll... Ah, ich bin Neo! Ich hab Sonnenbrille auf! Was steht hier? Ja, ja, ist gut. Alter. Ich hasse dich. Da steht nichts drauf, Sven. Oh man, muss ich den ganzen Scheiß jetzt nochmal hüppen, oder was? If you are using the correct resource pack, this should totally look like a mirror. Ha, 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 ha. Blöder Arsch. Ach komm, fängst du jetzt schon an damit, Sven? Ja, aber... Es ist ja erbärmlich. Oh. Ah, es ist so gut. Storytime. Read to know what's happened. G, X, D. The troll has trolled all the citizens in the mountain end. Has hidden on the top of it... Your goal is to find your way through... Ach, leck mich doch am... Nein! So, und damit es jetzt jeder sieht, ich bin nicht so ein Arsch wie Sven. Ich mach die ganze Kacke jetzt. Ach, ach komm mal, ich mach das hier ja nicht nochmal. Game Mode 1. Das ist mir hier ein bisschen zu doof. So, hoch hier. Wo war ich? Da war ich nicht. Da. So, hier. Da. Das wird so blöd, so fetsch. Mensch, hab ich es geschafft. Toll. Game Mode... Null. Null. So. Also, was ist jetzt hier 2 Bugs, Sven? Klemm ich mal auf. Hier ist Checkpoint. Nix der Checkpoint. You suck. Rules. Ha! Scheiß auf die Rules. Nix der Checkpoint. If you die, won't lose your items, please do not use TP, I'll give you a lost of checkpoints. Checkpoints gibt er uns, oh, Ruhe. Free candy. Ui, Ruhe. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ja, das ist ja eh schon alles rausgegrappt. Ne, ist noch was drin. Rüstung und so ein Gramm. Guck mal, ich hab ein Lichtschwert. Wo bist denn du? Na hier. Das sieht aus wie ein Clostick. Einfach nur. Aber ich bin so geil und gebe dir auch was. Du kriegst Lichtschwert. Cool, ein Lederhelm. Ja. Okay, warte. Nochmal rein. Ja. Cool. Dafür hab ich den Magic Spoon. I like Rusty Spoon. Checkpoint. Ja, und warum soll ich jetzt hier Waffen benutzen? Weiß nicht, damit du mich hauen kannst. Willst du doch gar nicht hauen, Sven. Teleportiert sich schon eh wieder hin. Be careful, setz diese Trolljumps. Ballon. Sind wir hier überhaupt richtig? Ja, wir müssen da hoch. Na, klasse. Ups. Ich komm schon über den ersten Blocknet. Nein! Ich komm auch über den allerersten Blocknet. Okay, so. Jetzt hier hoch. Boah, ist das stand ab. Alter, was hast du da gemacht? Wieso komm ich denn hier nicht hoch? Bist du einfach nur sprinten? Ne, jetzt springt's nicht. Sven! Hilft! Ja. Wie bist du nur hier über diesen anderen hingekommen? Hier über den? Ach so. So. Gesprintet? Ja, sprinten. Nach oben gucken, sprinten. Ne, ohne hüpfen. Nach oben gucken. Oh. Oh. Oh, lecker mio. Nach oben gucken, sprinten. Ja, toll. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Ah. Ich komm hier schon das erste Ding. So, nach oben gucken und sprinten, sagt er. Ja, es bringt's einen Scheiß. Du trollst mich doch jetzt schon hier. Nach oben gucken, sprinten. So fett. Ja, mach. Ich seh nix. Ich seh auch nix. Hm. Es geht nix. Kannst du nicht. Ja, 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 ja. Nie mehr sprinten. Dann drück halt mal hüpfen. Ne, am Arsch, Alter. Was ist denn das hier für eine Scheiße? Na, so. Das ist nicht wahr. Alter. Ja. Ich krieg schon wieder Angstschweiß auf den Fingern. So. Jetzt so. Jetzt so. Okay, jetzt geht's hier weiter. Ich hätte schon mal so vielleicht, oder? Hüp. Oh. Was ist das denn die Möglichkeit? Wohl an die Decke gesprungen. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße hier. Ich werd schon wieder so ungeduldig. Ich merk's. Warum hüpft denn der nicht? Weißt du, wie oft ich jetzt hier unten schon im Kreis renne? Ja, so warst du bei mir am Anfang auch. Dafür renne ich jetzt hier die ganze Zeit schon im Kreis. Wie soll denn das? Wie soll denn das? Wie soll denn das? Das geht doch gar nicht. Der hat das natürlich auch genau... Ach, warte mal. Wie willst denn du da? Hast du doch überhaupt gedacht. Da kannst du doch gar nicht springen. Da renn ich vielleicht falsch rum. Der Resource Pack legt mich jetzt schon auf, gell? Ich seh da überhaupt gar keinen Unterschied. Ich schon. Bis darauf hin, dass ich hier überall diese... diese 0815-Vollidiotengesichter hab. Warte mal. Ich will mal gucken, wie das mit dem anderen aussieht. Resource Pack. Wenn man auch immer gerade in Steam schreibt... Geht mir nicht auf den Sack. Ich sag den Namen. Was? Ich sag den Namen. Ah. Oh, hallo. Okay, was ich vielleicht auch mal einstellen sollte war hier... Warte, Video Settings. Macht man auch immer während der Aufnahme am besten. Neun. So, done. Back to game. Was kannst du denn hier mit diesem Milchshake machen? Ja. Milchshake? Heißt das Ding auch Milchshake oder was? Ja. Milchshake. Ja, es lag wohl am Milchshake, dass ich so scheiße war. Ah. Bam. Ja, jetzt musst du wieder ganz runterspringen, Sven. Alles klar. Scheiße, ich war vorhin schon hier. Packt ab, wenn du da hängst. Ja, ich komm hier nicht weiter. Bist du schon wieder fertig? Ne. Ne. Ich komm hier nicht weiter, wo dieses dämliche Trollgesicht ist. Muss ich erst mal hinkommen. Huch. Ja, da bist du jetzt gleich. Warte jetzt mal hier auf dich. Das geht nicht. Huch. Vielleicht sollten wir auch mal einen Hochcounter reinmachen. Hm. Nein. Mann, ey, ich hasse dieses Level jetzt schon. Ja, wie hast du das jetzt hier gemacht? Verrat's mir. Bin nach vorne und am letzten Punkt gesprungen. Mit Sprinten. Ja, so ungefähr. Lol, 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 lol. Ja, und jetzt hier? Das ist doch riesen-mega-abschissen. Ich muss einfach drüber springen, Marcel. Juhu, Checkpoint. Ja. Checkpoint 3. Mommy, I'm a Parkour-Pro. Juhu. So, Marcel. So. Okay, gut. Easy. You can't sprint-jump-through-all-these. Fuck. Ach ja? Da gibt's ein Checkpoint-Room. Verdammt. Er hat recht. Hier. Da ist da eine Truhe. Pull the lever for... Was? Checkpoint. Oh, oh. TNT. Das ist TNT. Toll! Was ein super Checkpoint. Was kann ich hier machen? Say I love you. Komische Command-Block. Oh. Das ist das beste Checkpoint, den ich jemals gesehen habe. Sag nur auf zu sprinten, da oben. Mach jetzt... ...komplett durch. Ja, ja, geht nicht. So nicht. Weil ich's nicht hinkrieg. Deswegen geht's nicht. Nochmal. Hui, 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 hui. Irgendwas stimmt mit meinem Wasser hier auf der Map nicht. Na, warum? Was hat denn dein Wasser? Wenn ich ohne Wasser bin, ist alles weiß. Ach was. Ja. Hey. LoL. Warum? Bist du einfach nur gesprintet? Ja. Macht Sinn. Nein! Ich bin sicher, dass du ein secret findest, wenn du die vorherige Stage zurückbekommen hast. Es ist wirklich wichtig und veränderungsvoll. Ja, ja, ist klar. Der verarscht uns doch nur. Meinst du echt Sven? Ich würd's mal machen. Das ist ein Dive. Warum? Was ist das hier? Checkpoint. Ja, das ist ein Checkpoint. Okay, dann mach ich das. Ringdingdingdingdingdingdingdingdingdingdingding. Unergeplumpst. What does the fuck say? Dingdingdingdingdingdingdingdingdingding. Ach, scheiß drauf. Ich will nicht. E-nix-gamechanger. Ach, komm, leck mich doch am Arsch. Warum ist denn dieser Blog so gay? Haftisch. Also, wir warten immer beim Checkpoint, ja. Ja, das ist mir schon klar. Kannst lang warten auf mich. Zu früh. Es war mir so klar. Es war mir so klar. Ein kunterbuntes Haus. Ein blöder Aff und Gaul. Ich hör mich wieder doppeln. Ja, Sven, entweder mach ich dich leis und dann flamst du rum. Ne, behält mich gar nicht. Oder aber ich mach dich lauter und dann hörst du dich doppelt. Also, entweder oder. Nein! Hier wär echt eins gewesen. Du musst das nicht in einem Rutsch machen, gell? Ex-sacro. Scheiß Spiel. Ja, willst du noch mal zurück? Nein. Scheiß auf die Truhe. Ja. Ja, fuck. Ey, warum komm ich hier nicht hoch? Warum? Druckplatte! Ich bin wirklich. Cool! Ne Deadbox, was das auch immer ist. Was? Ui! Bing, ding, reminder. You can break white, green, red. Okay, jetzt erst mal ein Checkpoint. So. Huch! Äh. Jetzt aber. So. Wir sind jetzt hier rein. Das ist ja, wenn man kann red-braken, hat er gesagt. Checkpoint. Das ist ja nichts. Was macht man hier? Achso, ich hab mein Dings, mein Resort geendet. Das fällt mir gerade auf. Ui! Here's some more equipment. Lovely Karate belts. Was hab ich bekommen? Noch ein Spoon. Der besser? Bone of Entrop, Knockback. Plus 7? Plus 7 ist der gleiche. Okay, alles klar. Hast du so bekommen? Alter, was ist mit dir hier los? Was ist denn das? Mit dir? Ja. Meine Schweine! Ich rät wie in einer Scheiße, ey. Ach ja? Ah, fuck. Zu früh gesprungen. Hast du hier unten eigentlich gesehen, dass hier Hosen drin lagen? Ja, ich schätze, äh, drauf für sich. So blöd, so blöd, so blöd und so wie blöd. Ich hab mich übrigens vorhin über Fraps aufgeregt. Na, warum denn? Na, ich wollte doch heute ein Let's Retro machen und wollt Ultima. Na, ich wollte doch heute ein Let's Retro machen und wollte Ultima.